Auch liebe Zuschauer, Abendspiel, das Ludwig ist an und ein wolkenloser Himmel. Das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. Neymar, die in das Team. Es gibt Mannschaften, die stecken den Kopf in den Sand, wenn sie hinten liegen. Dieses Team gehört nicht dazu. Die machen es nicht. Die Abenteuer sind hier, das verpasst. Untertitelung. BR 2018 Jeder Abwehrspieler auf dem Erdbau weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen, die haben... Ich meine, da hinten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Jetzt ist er drin! Jetzt zieht er auf und ja, der Treffer zählt! Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm. Wenn wir 18-20- weatheren, kann er anbieten. Wenn wir 20 Uhr bespielen. Wommer drehtsάs. Wenn wir es nicht genau, deine Hi-Wooke. Wenn wir 20 Jahre altkartig machen, können wir 20 Jahre in den Baum. Ja, wir werden 20 Jahre und 20 Jahre in den Baum. Wommer drehten wir 20 Jahre und 21 Jahre. Wir werden 20 Jahre ans Ende. Und wir werden 20 Jahre in 10 Jahre in der Zentrenslaufe. Geh-Won-Kind-Deal, über die bet Freedom, woanders in die C-Won-Kind-Kind-D-ichte. Da kann er sich lösen. Fernando Torres kann ihn machen. Und vorbei. Und jetzt lebt er mir. Und er schlägt ja einmal einen Liederschlag. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr zu beteiligen zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht kommen. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Die Mannschaft hat Gotti, Hansi. Dafür spielst du Fußball. Du gibst 90 Minuten alles und du sagst am Ende mit Stolz, das Ding haben wir gewonnen. Das war's.